Meine Damen und Herren, grühen Sie miteinander, herzlich willkommen zu unserem Magazin Was gibt es Neues? Heute haben wir Thomas Kübler bei uns, er ist bekannt durch sein Scansch, die Flugzeugscheisse. Thomas, it's your turn! Ja, perfekt, schwingt! Das ist wirklich cool! Ja! Vive la France! Bonjour! Ciao! Wo geht es denn hier zum Palais de Papin? Le Knack! Le Pienau! Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass man hier vorne geht. Ja! Es hat Leute auf der Gasse, aber auch mal hier vorne! Jesus Gott! Jetzt... Da musst du weisschen aufpassen, du! Das können viele Fuss gehen! Oh Gott! Ja, das haben wir auch schon gesehen! Ja! 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 Das ist nicht gut hier! Mit dieser Kolonne, auch nicht leicht. Die, die nicht zahlen wollen oder? Ich will nicht schon mal sehen, dass ich es bei uns kommt. Nein, wir müssen abwachen, es ist einfach überall heiss, oder? So, da? Ja, da hat er Platz. Da gibt's Place, und dann sind alle. Soll ich das? Sehr schön. Das ist hier. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Entschuldigung. Auf morgen noch mal. Ja. So eine schlampfte Möcke. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. So will ich mit Kataküter rein. Oh, ich will. Freue mich nicht. Entschuldigung, was meinen Sie jetzt zu dieser Arbeit? Ja, das ist gut. Also, ohne nur eine Sache. Bonjour, les Abime. Bonjour, les Abime. Bist du tot? Boy,-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je. Je vous ne-je-je-je. J'ai-je-je-je. Un peu de pur. Un peu de pur. Nice! Wahrscheinlich ist es eben nicht unten. Sie sind nämlich die einzigen Bäume, die ich sehe. Ich dachte, sie sind zwar da, aber ... Es geht nicht ganz gut. Es hat eine 색fassung. Es steht noch nie die Öl, oder? Es ist eine Katastrophe. Ja. Es kommt hier. Es hat aber eine Fontenkraft. Komm her! Wenn das geht, dann ist es Danke. Das alles gut. Dann kommen Sie bitte hin. Oder sie kommt mal zur Seite. Ah, ist zwei. Wie ist der Stand? 8, 2, 1 Tourist Nummer 1 Ja, ja, ja. Der rühmte Palais du Papier. Das ist schon gut. Das solltet ihr jetzt aufgeben. Es läuft immer wieder rein. Musik Machst du den Vorzeit mit Bräumen? Echt? Jetzt bin ich von Avignon. Ja, das ist immer wieder verbohren. Ja, das solltet ihr machen. Ransolo. 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 Ich weiß nicht, wir haben alle Dasegen nicht. Ich weiß nicht, das kann sie nicht durchfütteln. Gernot. Das haben wir hier gut gehört. Richtig. Aber der andere? Weisst du was man ist? Die Luftpast来te. Oh, oh, oh! Einmal ohne, dann kommt der Stubbleber, dann kommt noch ohne. Ja, genau. Ja, genau. Das wäre ein guter Platz zum Feuerwerk, auf dieser Brücke. Was war das? Irgendwo da rechts. Das war eine schöne Stadt, ein schönes Dorf. Ein schönes Restaurant. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, dass ich das jemals wieder finde. Sieht nicht schlecht aus. Ah! Nein. Nein. Ich wollte, glaube ich, doch da durch gewesen. Ich weiss nicht mehr. Harry, es hat Heli jetzt auch die Crumbling-Off. Aber so eine, es hat doch wirklich irgendwie... Ja, da haben wir dann auch vierte Einten. Ja. Ja, es ist doch schön mit dieser Burg da. Jetzt bin ich mit meinem Latin schon wieder am Ende. Weg für den Arsch! Das Verbrecher. Ja, da muss ich immer noch fünfmal weg. Wir brechen an den Ohren. Leider wird jetzt so zu viel brechen. Ja. Ja, das muss ich aufnehmen. Ja! 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 Das ist ein Haldig Freddy von unten. Der andere tut die Kloaken-Filme. Kloaken! Das ist eine volle Kloaken. Jawohl! Und es steht ein Zivilschutzgesetzbuch. Einsteig. Das sind sie gerne noch die Flussraumfahrten. Das muss eine große City. Weißt du? Das war die City auf Oteren Direktion. Bleck gewaltig, wie das blitzt. Haben Sie es gesehen? Das muss eine große City. Das haben Sie ja gesehen. Das sind die City auf Ausfahrt. Ja. Tja, schau mal, dass wir nicht durch das Trank tun. Was war das, Victor? Eine Luft, wahrscheinlich eine Luft. Da war ja. Hurra. Ja. Er fährt noch ein bisschen. Er fährt noch recht. Dann macht er einen Kehl. Und es ist schon wieder ein Letz. Ja. Ei, du schöne. Ei, du schöne. Ei, du schöne. Ei, du schöne Schitzelbank. Ja. Ja. Gefeitsch. Zacki. Ja, guck. Alles kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt.